Ah, Vitamin, ich werde von einem Dinosaurier verfolgt. Senti, das ist nur das Werbeplakat für den Film. Oh, äh, ja, ähm, das wusste ich natürlich, das war nur ein Test, hehehe. Oh Mann, aber Senti, wir sollten uns beeilen, sonst kommen wir noch zu den neuen Filmen zu spät. Oh ja, ey, mein Gott, oh, ich werde von einem Mumie verfolgt. Ach, Mann. Dinosaurier! Mumie, Dinosaurier! Oh Gott, Freunde, aber erst mal, hey, schön, dass ihr eingeschaltet seid. Und wenn ihr jetzt einmal hier bist, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich super, super, dolle Freunde, vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Kundenvideos wie dieses hier zu verpassen. Und wie ihr gehört habt, bin ich hier mit Senti in einem Kino und wir wollen uns den Film angucken. Da drüben gibt es auch die Tickets, habe ich gesehen. Oh, dann lass uns dahin, aber alter, der Weg ist versperrt. Ja, der Weg, hier hat einer geklebt. Ach, denn keiner sauber? Ne, anscheinend nicht und wir müssen über diese Cola-Dosen, Sprite-Dosen, Fanta-Dosen rüberspringen und dürfen nicht von dieser, ja, von diesem Zeug da getroffen werden. Oh, ja, Alter, ich war aber so lange nicht mehr im Kino, ne? Hm, ich auch nicht mehr. Und was kommt da für Filme? Guck mal, da gibt es zum Beispiel Ocean Adventure, dann gibt es da so einen Horrorfilm, dann gibt es hier so einen Teddybär-Film. Wir gucken uns den Jurassic-Film an. Oh, ja. Wie kann ich euch helfen? Zwei Tickets, bitte. Ja, alles klar, zwei Tickets für euch. Oh, mein Gott. So, Senti, jetzt gibt es einfach... Oh, mein Gott, unser Film startet in drei Minuten, was? Alter, wir müssen uns beeilen, dann müssen wir noch Popcorn und alles holen. Oh, ja, 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 wir sollten uns beeilen. Ihr müsst nur den ganzen Weg schaffen. Ich hoffe, ihr seid nicht zu spät, ist ein bisschen oben aufgeräumt. Tut uns leid. Äh, was? Ja, ach Gott, ein bisschen oben aufgeräumt. Verdammt nochmal, wir können ja gar nicht... Hä? Warte mal, Senti? Junge, du darfst nicht... Ah, du musst auf die Baitchen nur. Ah, die Smarties. Ih, Alter, ein bisschen unaufgeräumt ist ja echt... Ja, Junge, ist alles voll... Junge, was... Ich hab gesagt, lass uns lieber nicht ins Ein-Sterne-Kino gehen. Guck mal, hier zum Beispiel haben wir dieses Ocean-Adventure und hier haben wir diesen Horrorfilm, aber ich mag Horrorfilme nicht. Nee, vor allem in 3D hier mit den... Ach, mit den 3D-Brennen. Und du bist auch in 3D gestorben, in 10.000 Einzelteile für mich. Ja, 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 aber ey, sag mal ehrlich, bist du eher Team Popcorn oder Team National? Hm, ich bin Team Nachos und du? Ja, wohl, mit so Käsesoße, weißt du? Und was sagst du, Popcorn mit Salz oder mit Zucker? Also, ja, so süß meinst du? Ja, ich glaub, ich mag mehr süße Popcorn. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Aber Freunde, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr gerne lieber isst, süß oder salzig. Und, jo, alter. Der Film geht los. Let's go! Oh, hier sind eure Ticket. Da sind eure Plätze. Alter, Senti, der ganze Film ist voll. Junge, bei meinem Platz sitzt schon irgendwer. Ja, bei mir auch. 10, d, 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 d. Ja, ja. Der Film startet in 10 Sekunden, behalt euch! Oh, was, was, was? Alter, 10 Sekunden, warte mal! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schlug. Hey, Kollege, ich sitz da. Jo, runter mit dir! Ist so. Und, oh, es geht los. Ja, toll, müssen wir jetzt im Stehen gucken. Jumba Lumba! Oh mein Gott, es geht los. Der Indiana, oder was, wer ist das? Sieht aus wie so Indiana Jones, oder? Ja, und so ein riesiger Vulkan, ne? Nicht, dass der gleich aus... Äh, wo ist der hin? Alter, der ist voll runtergefallen. Alter, der ist irgendwie in den Sand geflogen oder so. Ist so. Oh, der Schatz! Der Schatz! Der Film zeigt, wo die Schatzkammer ist. Alter, was bewegt sich da drinnen? Oh. Nee! Oh mein Gott, Alter, ein riesiger... Junge Saurier. Was ein Loopsaurier. Ist er kaputt? Die Nase ist kaputt. Jo, der Film... Alter, Sandy! Warte mal. Junge, das ist eigentlich sehr 3D-Brille, muss ich sagen. Oh, nee. Warte mal, wir wurden lebendig gefressen. Oh, oh. Wir haben ein riesiges Problem. Wie konnte denn sowas jetzt passieren? Wir werden hier drinnen sterben. Oh nein, oh nein. Komm, beruhig dich, Steve. Wir müssen das irgendwie schaffen hier. Wir werden schon einen Weg rausfinden. Oder, Sandy? Was sagst du? Boah, der Film ist ja so 3D, als wäre mir aufgefressen worden. Guck mal. Let's go! Jo, Alter, man kann... Jo, Alter! Ich bin tot. Alter, ich hab's geschafft. Ich bin in diesem Magen runtergeflogen. Oh. Du hast es auch geschafft. Okay. Jetzt müssen wir über die Rippen. Boah. Boah, Junge, Alter. Seit wann ist der 3D-Effekt so heftig? Ich will gar nicht... Hä? Junge, ich... Übel, die Kackwurst, Sandy. Oh, ja. Oh mein Gott, hä? Hä? Warte mal. Wer bist du denn? Du bist doch der aus dem Film. Wie bist du? Warte mal. Das ist ein... Wir sind doch im Film. Das kann nicht sein. Hä? Wir müssen schnell da drüber, bevor die Dinosaurier kommen, Sandy. Oh mein Gott, Alter, Schwede. Oh, ja, jetzt ganz schön. Jetzt sind wir jetzt wirklich im Film drin. Ey, was ist denn das? Bananenrotze? Das ist so Bananenflüssigkeit, Bananenshake. Keine Ahnung. Ey, yo, da guckt mich der Affe an. Hast du die überhaupt gesehen? Alter, hier sind überall Affen. Äh, warte mal. Echt mal. 1, 2, 3, 4, 6 Affen, die uns einfach belauschen. Ey, ich sehe sieben. Ey. Ich bin jetzt voll nass, ey. Die Elefanten mit den Riesenaugen haben dich angespuckt, Sandy. Ja, komm her, ich mach dich fertig. Oh. Du kannst doch nicht gegen den springen. Nein. Und wir springen jetzt hier über die Steine und dann kommen wir zu den Nilpferden. Ich würde sagen, Sandy, kommst du? Ja, Junge, das ist echt ein harter Hobby, muss ich sagen hier. Ja, ich sehe schon. Du darfst auf jeden Fall nicht seine Spucke berühren und die kommt ganz, ganz oft. Oh Gott, oh Gott, Alter, das ist anstrengend. Junge, das ist ein Hippos. Jo, du springst einfach über die Spucke? Ja, gar kein Problem, ey. Oh, oh, Alligatoren. Oh nein, und ich denke mal, die Brücke wird zerfallen, oder? Nee, alles gut. Hier, guck mal, easy. Alter, Alligatoren gibt es schon seitdem Dinosaurier. Oh ja? Oh, ja. Jo, hinter mir ist ein Dino. Rein, 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 rein. Oh, 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 Sandy, Sandy ist direkt hinter mir. Er will mich fressen. Oh mein Gott, ist das immer noch ein Dino aus dem Poster oder was? Oh mein Gott. Alter, er ist zum Glück wieder gegen den Bildschirm gerannt. Das war knapp, Jungs. Jo, und warte mal, können wir da wieder raus? Aus diesem Bildschirm. Ja, das könnte viel von der realen Welt sein. Also wie, wie wir da noch sitzen, ne? Oh ja, okay, wir müssen durch, wir haben keine andere Wahl. Ja, ich bin mir zwar nicht sicher, ob es eine gute Idee ist und... Jo! Wo sind wir? Wir sind... Im Kino? Im Kino, in dem Film drinne. Hey, schau mal hier, ja. Ja. Das ist eine Regisseurkabine so hier. Können wir hier raus? Ne, okay. Hallo Leute, guckt nicht den Film, guckt nicht den Film. Wir müssen die warnen. Ihr werdet gefressen von Riesendinos. Ja, als ob wir uns das glauben, ey. Ja, das wird uns wahrscheinlich nicht mehr glauben. Und, komm, sag mal so, können wir den Film nochmal gucken? Ne. Und Steve ist immer noch ganz schön aufgeregt, ne? Auf jeden Fall, natürlich, ey. Aber wir sollten auf jeden Fall den anderen Bescheid geben und... Der Manager? Nicht so schnell. Oh nein, der ist hinter uns. Wir müssen uns beeilen, um rauszukommen. Oh oh. Alter. Alter, poppendes Popcorn. Er hat Tricks entwickelt, um uns auf jeden Fall in diesem Kino hier zu behalten. Oh ja, der will wahrscheinlich, dass wir keinem sagen, dass das Kino hier verflogen. Besuchtest du da so? Ja. So, warte mal, können wir hier lang, oder? Ne. Hey, warte mal, Invisibility Soda? Äh, ne. Zendin, ne. Ah, ne, 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 ne. So, und wir gehen in den anderen Film hier. Oh, ja, vielleicht ist der Besser. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und hallo, ist hier jemand? Ich wollte euch nur... Da ist wieder dieses Portal. Oh mein Gott. Da sind sie. Hä? Oh. Was haben wir verbrochen? Diese zwei sind einfach hier rumgerannt. Warte mal, das ist so schlecht. Wir haben doch gar nichts getan. Bist du. Vitamine, Sentex, hier reinspringen. Senti? Rein da. Rein da. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Nun sind... Oh, da warst du, Senti. Alter. Hello, I'm under the water. Oh. Du bist under the water. Oh ja. Gut, dass wir noch wenigstens irgendwie Luft kriegen. Wir haben jetzt auf einmal Kiemen bekommen. Ja, klar. In Filmen ist alles möglich. Ja, ich denke auch. Im Film ist alles möglich, ne? Bist du lieber Film oder Serien? Ich bin lieber... Ich bin ein Taucher lieber, glaube ich. Oh. Ja, stimmt. Und der Taucher fragt, wo wir zwei herkommen. Ja, gute Frage, ne? Erklär mal. Senti kommt vom, äh, Mongoland. Ja, also ich komme aus dem Krankenhaus eigentlich. Ja, keine Sorge, uns geht es auf jeden Fall gut, auch wenn wir keine Luft kriegen. Aber es wird jetzt auf jeden Fall Zeit, hier rauszukommen, aber das sieht ganz und gar nicht gut mit diesem toxischen Wasser aus. Oh Junge, alles vergiftet mit einer riesen Krake noch. Ja. Oh mein Gott, kann ich auf... Alter, ich muss auf der Krake rumspringen? Ja. Was anderes? Oder was anderes? Oh. Bleibt ja nicht übrig. Alter, und da vorne sind Krabben, ich sehe sie schon im Augenwinkel. Oh nein. Mr. Krabs. Senti spr... Oh. Äh, was? Jo, habe ich gemacht. Oh, warte mal, ich wurde auch umgeschneitzt von der Krabbe. Alter, Junge, die sind übel schnell. Ja, ne? So. Tag. Und let's go. Oh, alter, fast hätte die mich bekommen. Und was ist jetzt nun hier? Delfine, wir müssen drüber springen. Oh ja. Und die tun uns dann hochschleudern auf die andere Insel, ne? Ey, wie? Oh mein Gott. Ja, wir müssen einfach auf diese... Alter, Delfine sind so coole Tiere, oder? Oh ja, und Quallen auch. Junge, die kennen mich besser an Spongebob, oder? Hm, Spongebob-Quallen und... Ah! Ich bin nicht mehr im Spongebob-Laden. Ich rede schon mal mit Steve. Ich muss nochmal über die Delfine springen. Das geht ja zum Glück ganz gut. Und jetzt, zack, über die Quallen. Und dann geht's ab im nächsten Film. Vielleicht geht das hier in die reale Welt. Wir müssen in den nächsten Film. Oh nein. Ab in den nächsten Film. Äh, Senti? Ich glaube, die sind nicht so erfreut, dass wir hier sind. Oh Gott, oh Gott, Junge. Die sprechen doch unsere Sprache nicht mal. Wungalang, wunlua. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das sieht ganz gut gar nicht gut aus. Äh, moin, moin. Sambala, wunika, wunadala. Ah, seh mal, agadeng. Und nochmal ding dong. Wollah, was ist das? Sendex, Roblox. Nömal, aber nu. Amareka, loka, Sendex, Roblox, shu. Yo, Senti, ich glaube, die sind auf jeden Fall nicht gut gelaunt seit dem komischen Tanz. Alla, makaraka, Vitamine, Roblox, shu. Oh mein Gott, komm, lass uns einfach schnell abhauen. Raus aus diesem Kino hier. Wir hätten diesen Film nie anfangen sollen. Alter, Junge, ich dachte, man muss auf den Schlangen hier springen. Oh, Alter, hier kommen die Mumien raus. Oh, oh, oh. Ah, das war doch der Film, wo wir das Post am Anfang gesehen haben. Stimmt, 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 stimmt. Also, du darfst auf jeden Fall keine Mumie berühren. Das ist so wie so gefütte Zombies. Oh, oh Gott. Wow, Alter, die war schnell. So, und jetzt aber nehmen wir die raus hier. Alter, ich weiß, die Musik aber. So eine Flötenmusik, weißt du? Ja, und, warte mal, halt. Der kann auf einmal Deutsch. Ja, der kann auf einmal Deutsch. Dieser Platz ist für uns verboten. Aber, wieso? Oh, meinst du, Senti, wir schaffen es, diese Kleeblätter zu überkreuzen? Alter, wir müssen. Wir haben keine andere Wahl. Oh, Mann. Was ist das für eine Riesen-Kleeblätter überhaupt? Alter, und vor allem, was sind das für eine Riesenfrösche? Sie sind größer als wir. Alter, also diese Zeit damals war anders, echt. Ja, 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 und hier haben wir zum Beispiel so eine Statue, die einfach, oh Gott, alles in den Boden hacken. Oh, Alter, Senti, ich hätte es locker sagen können, dass du da nicht unten durchgehen kannst. Alter, ich dachte, wir können einfach durchrennen. Oh, Mann, ich glaube nicht, aber zack, ich bin durch. Und, oh, oh, Senti, hier wartet schon wieder jemand auf uns. Hä? Was machst du? Aber, Freunde, ich sehe es. Dort, Senti, ist das nächste Portal. Ich glaube, vielleicht damit kommen wir wieder zurück in die normale Welt. Oh, ja, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, ja, 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 komm, komm. Wir, oh, oh, da sind sie. Wir, die, die wollen uns locker kriegen. Die sind hinter uns, rennt! Schaut ein Portal! Renn, Senti! Ab geht's! Hä? Sind wir zurück? Äh, Leute, Junge, die gucken einfach den Film weiter. Junge, das gehört nicht zum Film, Leute. Alter, ihr seid sowas von verrückt. Aber wir sollen anscheinend rausgehen wieder. Ja, und die gucken einfach den Film weiter, als wäre es nichts gewesen. Okay, wir sind jetzt wieder in der Lobby, anscheinend. Ja, wir sind jetzt zurück im Kino. Ja, aber im Hinterausgang, oder? Ja, Hauptsache, ey, wir müssen irgendwie rausgehen. Oh, oh, da ist der böse Mensch wieder hier. Also, dieser böse Manager. Und er will uns wieder festnehmen. Nein, 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 nein. Die möchten uns festnehmen, Senti. Ja, vor allem wieso? Ja, ich verstehe es nicht. Wir sollen endlich aufgeben, sagt er. Nee, Senti und ich würden niemals aufgeben. Und Senti, schau mal. Ich gebe auf. Ey, yo, Senti, da ist eine Tür. Lass uns da gemeinsam reinrennen. Ja, okay, ich gebe doch nicht auf. Ich gebe alles zurück. Warte mal, was ist das für... Yo, okay, wir dürfen die Dinge... Oh, achso. Ah, das ist Seife oder so Eis. Oh, mein Gott. Wieso hängt da Hühnchen über euch? Ich stehe gar nichts. Ach so, so ein Lager oder so für Fleisch. Ja, ja, so ein Kältelager, ne? Ah, ja. Und schnell wieder raus hier. Und der Hotdog-Stand... Alter, hier sieht es so eklig und schmierig aus. Bah, wo sind wir? Ich kann es... Sind wir noch im Kino? Ich kann es dir selber nicht erklären. Das ist so dreckig hier. Alter, aber... Oh Gott, ich glaube, wir sind noch im Kino drin eigentlich. Und die sind hier so ein Hotdog. Alles ist umgeschmissen. Aber ich... Yo, warte mal, da sitzt einer. Und der sagt, die braune Kartoffel schmeckt so lecker. Oh Gott, Junge, hier geht die halbe Welt unter. Und der snackt sich seinen Burger noch rein. Ja, und warte mal, da drüben noch... Wir sind wieder da. Ja, wir sind doch gestartet. Haben wir es geschafft? Ey, wir müssen hier hin. Hier, hier, hier. Ah, okay, okay, okay. An die Snackbar. Durch den Lüftungsschacht bestimmt. Oh ja, und da soll ein Ausgang sein. Ja, werden wir ja mal sehen. Vielleicht bringt uns Steve auch die ganze Zeit in irgendeine Falle oder so. Junge, ich glaube, sonst wären wir schon längst tot, ey. Warte mal, ein Labyrinth. Oh Gott, nee, ne? Okay, Sinti, ich bin echt schlecht im Labyrinth. Ja, ich glaube, ich habe das Ende schon. Ja, Sinti, du hast kein Ende. Nein, ich habe es richtig. Hier. Doch, ich bin draußen. Warte mal, jetzt sind wir hinter der Kasse. Moin, Freunde, hallo. Moin. Ey, guck mal, die sehen uns gar nicht. Nee, irgendwie nicht. Und jo, C03D, Keycard. Ah, du kannst dich holen, das ist der Code. Ja, 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 und damit können wir wahrscheinlich diese Tür hier öffnen. Oh ja. Jo, Stinker, lass mich mal vorbei. Hörst du, lass uns hier durch. Zack, wir sind, wir sind immer noch nicht frei. Warte mal, das ist, oh, der Schatz. Das ist der Schatz, wo vorne, Alter, jo. Oh, ich habe Spaß geschafft. Oh, ich auch nicht. Alter, das ist übel schwer. Ich habe es geschafft. Ich auch. Und guck mal, das ganze Geld. Ich dachte, wir gehen einfach aus dem Kilo raus. Jetzt auch mal sind wir reich. Jetzt sind wir Millionäre zumindest. Ja, okay, wieso nicht? Vitamine raus hier, wir haben keine Zeit für Geld. Okay, lass uns sofort die Leiter hochklettern und dann raus hier. Und was mit dem Geld? Ich glaube, wir müssen das Geld vergessen, Sandy. Wir sollten jetzt mal abhauen vor diesem bösen Manager. Oh ja, Alter, und jetzt sind wir auf dem Dach hier. Er ist wieder da. Hinter uns. Oh mein Gott, renn, 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 renn. Helikopter. Helikop... Oh. Oh. Hey, wach auf. Du hast den ganzen Film verpennt. Der Film ist zu Ende. Hä? Sandy? Was? Haben wir den Film verpennt? Was für ein Film, Alter? Ich hatte einen übelst verrückten Traum. Jo, ihr habt den ganzen Film gepennt. Der Film war so cool. Äh, was? Sandy, aufstehen. Lass noch fünf Minuten. Aber zum Glück war alles nur ein Traum. Ich habe echt geträumt, dass der Film real war. Warte mal, wir haben keinen Film geguckt? Nein, du hast die ganze Zeit gepennt. Oh Gott, Gott, Alter. Wenn du wüsstest, was ich geträumt habe. Du warst auch sogar dabei. Ja, da warst du tatsächlich auch. Aber wir haben es wirklich geschafft, aus den Filmen rauszukommen. Aber ich habe noch eine coole Idee. Lass uns noch ein Rennen machen zum Park. Der letzte dorthin ist ein verfaultes Ei. Hey, wie ein verfaultes Ei. Du hast gehört. Jo, Alter, der macht wirklich ein Rennen mit uns. Speedrun, Speedrun. Jo, das ist ey. Alter, kurze Frage. Wie schnell ist der? Alter, Junge, er ist viel zu schnell. Junge, der cheatet. Alter, der ist vor mir. Sandy, ich glaube, ich bin ein verfaultes Ei. Oh nein, ich glaube, ich bin ein verfaultes Ei. Ja, toll. Wow. Aber ich glaube, damit haben wir es tatsächlich geschafft, oder? Oh ja. Und? Cool, Alter, ich habe eine gelbe Plattform. Ha. Oh Mann. Okay, Freunde, wir haben es tatsächlich geschafft, aus dem Portal und aus dem bösen Kino wieder rauszukommen. Wir gehen jetzt noch eine Runde spielen. Ich bin da auf. Das wusste ich. Oh Mann. Aber, Freunde, wenn euch das Video mit mir und meinem besten Freund den Sandy gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, ein Däumchen rum. Wenn ihr ein echtes Träumchen seid, schaut unbedingt bei meinem besten Freund den Sandy vorbei. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.